Sambri und Batschi Lässig! Willkommen zu diesem neuen Sambri und Batschi Lässig Garden Project. Sambri, was machst du gerade? Ich suche Erde. Hier liegt auf jeden Fall noch torffreie Blumenerde. Oh mein Gott. Was ist denn da Sambri? Sambri, alles gut? Oder was ist? Wir ziehen uns jetzt gerade die Jaffen angehen, jetzt wieder raus. Doch jetzt schon viel besser. Vor der Bärme ist es trotzdem sehr kalt. Ich gucke gerade mal, wie viel Grad es hat. Es hat sieben Grad. Ich habe gerade einen Helm an. Und fahre gerade mit Sambri Fahrrad ein bisschen durch die Gegend. Mit Sambri ist es funktiv. Batschi fährt zwar meins, aber sie hat es mir ausgeliehen und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Batschi fährt mit einem Fahrrad, das dreimal so alt ist wie er. Ja, er kann das. Unser Garten. Ein Ort des Friedens in diesen Zeiten. Hier ist die Erde, die ich gesucht habe. Hier ist die Erde, die ich gesucht habe. Noch mehr, noch mehr Erde. Da kommt die Erde rein. Da mache ich die Samen rein von Tomaten und Gurken. Und die, die wo so einen Stängel haben, das werden Gurken. Jetzt muss ich mir das mit Erde befüllen. Und Rudi, Rudi und sein Abzester. Ja, jetzt rennt die Kalle auch weg. Okay. So, Sambri pflanzt gerade ein. Spellfreunde, das war es für heute. Genau. Und da gaben wir es angepflanzt. Super. Dann kostenlos abonnieren und liken. Adios. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.